Am 26. Juni veranstaltet die DHC von 10 Uhr bis 10.45 Uhr ein kostenloses Webinar zum Thema SAP ERP aus der Cloud für die Pharma- und Medizintechnik. Den Anmelderlink und weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.dhc-consulting.com unter der Rubrik Termine. Falls Sie an diesem Tag keine Zeit haben, ist es kein Problem. Melden Sie sich einfach trotzdem an, dann erhalten Sie im Nachgang den Foliensatz und den Link zum Podcast. Wir freuen uns auf Sie.